Was wir gesagt haben, das können auch nicht anders sein. Was wir hier machen, das ist ein Bruder-Gesellschaft, das ist ein Bruder-Gesellschaft, das ist ein Bruder-Gesellschaft. Aber es ist Freude, wenn es genau so ist, das ist ein Deutsch-Gesellschaft. Das ist ein Bruder-Gesellschaft. Das ist ein Bruder-Gesellschaft. Das ist ein Bruder-Gesellschaft.